50.000 in einer kaserne auch noch ja bitteschön wuchs du bist auch drin hier du bist auch drin das passt soweit schon ist bei dir gar nicht mal so verkehrt eigentlich ihr seid scharf schützen das passt auch soweit mal ihr habt es was was brauchen wir ein panzer dergleichen vor der anfang eventuell ja bei so vielen würde ich mal sagen wir nehmen ihn wir nehmen ihn einfach mal und werden bestimmt auch jetzt nach kindern gesprochen bei 50.000 ist nicht wenig so ja und bringe so so will ich einmal kommen einmal herkommen dann sogar 56 da drüben noch was somit kommen mit kommen so will schön wir haben hier noch was wir haben dort noch etwas ich würde mal sagen der ist so gut wie tot ihr habt ihr es mehr so gut wie tot ihr kommt jetzt alle mit wir kommen sowas von einem mit das gute ist wir haben noch genug übrig aber leid ihr müsst sterben und wir kommen nicht an unserem panzer an wir kommen nicht an den panzer an das ist natürlich nicht ganz so schön noch mal zurücklaufen noch mal zurücklaufen wenn es geht dankeschön so ich glaube da haben wir einen kleinen kreis den wir ja so quasi niederwärtsen können ja das funktioniert richtig gut sogar 50.000 wie soll man die bitte aufhalten können müssen gar nicht wahrscheinlich ja die versuchen den panzer anzukommen aber ich glaube so ist immer doch gar nicht mal schlecht aufgestellt es geht es geht sie halten sich ziemlich stark am panzer aber noch irgendwie anders schossen haben wo hilfe 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 also bis zu nah definitiv bis zu nah ihr bräuchte noch ein paar mehr ein paar mehr kann und eigentlich nicht schlecht ok wir müssen wir nach vorne müssen wir weiter davon können um so glücklich bin ich ja die sind jetzt ein bisschen ganz so gut jetzt gehe ich mir ganz so gut 50.000 die ist noch ein paar starke mit dabei muss man sagen das ist nicht nur noch so jetzt sollten wir die die marines er vor lassen ich bin schon mal echt froh dass wir einen starb schützen haben dass wir ein paar schutz finden typen haben ein bisschen was von allem dabei haben so können wir zumindest teilweise versuchen irgendwie zurecht zu kommen aber ich hätte lieben gerne diesen panzer eigentlich ja wie sie ist ganz hier aber ich hätte gern den panzer ich will gar nicht wissen wie viele für hilfe wie viele hier drin sind im baracken und so gut kommt kommt schon schießt weil ich es werde immer schon mal schießen dann sagen wir noch hier noch hier noch hier noch und über elf sekunden noch elf sekunde ich möchte abgeholt werden ganz definitiv abgeholt werden die paar vips sind schon recht genug was mir haben da musst du quasi das hier machen so einmal durchschießen einmal durchschießen einmal durchschießen hop 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 komm mit komm mit komm mit komm also ernsthaft ernsthaft kommt hier kommt hier kommt hier jetzt habe ich mir so viel mühe gemacht nur damit ihr alle drauf geht oder wie und es war trotzdem ein erfolg ich glaube ich bin es war trotzdem ein erfolg obwohl es so viele zombies gab wow okay wir haben da unten einiges zu tun stehe ich gerade fest so haben wir es vor ort ähm sollen wir einen beschuss machen können wir dürfen wir einen beschuss machen was wir machen wenn wir einen kampfschutz stecken ich glaube ja jetzt sind die zombies in der zielstadt größe der einsatz und berater verbessern erfolg ok machen wir doch mal wie viele haben wir denn vernichtet von den 50.000 abschüsse 238 das war nicht viel das war definitiv gar nicht viel können wir nochmal beschießen können wir nicht wir könnten mal versuchen mit dem tmca zu schießen quasi mit ein und gucken was dann passiert auch nicht viel beschädigung war unbedeutend meine beschädigung die unbedeutend war ob ich das gut finde ich glaube nein ich glaube sowas von nein mit ein paar sachen hier bekommen wir haben wir stamina für ausdauer konstitution ist wahrscheinlich gerade ein bisschen hier gut angesagt das gleiche für dich sogar mehr weil er feldwebel geworden ist halt das ist ja super äh akustik du musst mehr treffen können das ist nicht schlecht und du bekommst zwangst auf 10 dann bist du auch mit dabei so forscher haben wir welche dabei ärzte die in so notfall hochhalten können falls benötigt hm ok was können wir jetzt noch großartig machen weil wir müssen ja gucken dass wir irgendwie die zombies hier eindecken können mit irgendwas aber wir haben so quasi nicht wirklich was das einzige was wir machen können ist nochmal versuchen anzugreifen und einfach nur so viele zombies wie möglich zu töten wir sind bei 60 prozent oh ok verstehe der ausbruch hier ist scheint so gut wie irgendwie schon als niedergewalt zu haben fünf prozent zombie in der innenstadt oh die frage soll ich doch nochmal hingehen ich würde mal sagen nein das tut mir leid aber das ist echt böse bei dir das ist echt böse wir machen mal ich probiere mal was kurz aus ich probiere mal was aus mal einfach nur vorziehen ich möchte mal gucken was jetzt passiert neben der tatsache dass nicht ziemlich viele menschen gestorben sind so es gibt kein sekundär es gibt einfach nur eindämmung einfach nur eindämmung ok ich danke möchte dass ich für einige königkei angreifen natürlich sri lanka für dich mache ich das natürlich nicht für dich mache ich das auf keinem auge durch glaube ich bin so hirn den reißen jib also quasi der tag fast schon umsonst da hinten richtig umsonst sogar ok wie schaut momentan hier aus bei 100 prozent auf 5000 mal auch zu spät zu wissen schaut na gut dann ist mal gucken dass wir irgendwie versuchen können zwei stück was ist das einkaufen nein ich habe selber kaum raketen weil ich habe selber kaum so hier bitte nach da drüben hin fortsetzen wir müssen gucken dass wir irgendwie quasi andere seiten an anderen der welt auch noch ein bisschen was hier retten können und flugplatz ich bin doch darum safe team ausrücken es gibt sogar rebellen ok atombomben in dem bereich 88 atombomben wir haben uns so ein panzer verloren ist dann hätte mehr verkaufen müssen anstatt irgendwas anders zu mitmachen nicht 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 na gut der stelle einmal dort feuer frei ich möchte bitte hier abgesetzt werden was soll es hauptsache ich komme irgendwo hin bei den rebellen alles dann ist mir gerade egal aufsteigen haben wir denn irgendwas zum verstecken zu machen nicht wirklich nein aber wir werden so quasi wir haben sie auf hohe reichweite gestellt haben wir jetzt ganz schön nach hinten laufen solle ich war gerade bis ums eck rumlaufen danach sind sie fertig mit welt solle ok wo sind die anderen wo sind die anderen ok sie haben panzer sie haben definitiv einen panzer und sie ist viel wenn der tag lang ist stelle ich gerade fest zerstört die kiste passt schon zerstört die kiste passt schon wenn sie denken sie könnten was gegen mich ausrichten dann würde ich mal behaupten nein das könnt ihr nicht wird einfach immer weiter als sie haben uiuiuiui hohohoho kann ich denn irgendwie rein rennen ich glaube das geht das könnte sogar gehen jup wunderbar die nächste Atombombe dann können wir einfach den hier Atombomben ich sage auch nicht nein dazu ich habe nicht ernsthaft was die eigentlich wollen ich glaube irgendwas ist draufgegangen bei der aktion haben wir noch was ja natürlich da hinten guck mal her wir haben doch alle gut gemacht du kannst schon alle verkünden oder weiter in zombies beachtung achtung fahrzeuge nicht rebell werden wenn sie noch fein in der mission befinden ok das sind ja keine mehr das sind keine mehr die der haut auch schön grad ab so ich habe echt keine ahnung was dieser panzer hinten großartig machen möchte was wir machen können ist vielleicht noch weiter nach hinten verschwinden um abzuhauen noch ein bisschen Zeit und noch ein bisschen Zeit ok auf was schieb was sagen könnte er vielleicht abhauen ich habe nämlich hier keinen Raketen mehr für sonst irgendetwas das würde ich ja sagen wir greifen ihn an aber das glück eines Raketenwerfers scheine ich nicht zu haben leider hmm warte ja ja die Evagierung wäre recht toll hm wo setzen wir hin dorthin warum nicht solange er kommt und uns nichts passiert komm geh runter geh runter geh runter geh so schnell runter wie du kannst so rein mit dir rein mit dir rein mit dir rein mit dir und weg die rebellen sind zwar nicht bis drauf gegangen aber wir haben die Atomsprengköpfe vielleicht behalten wir die sogar ich hoffe mal ich hoffe inständig das wäre schön aber wenn das böse klingt dann könnten wir australien jucken keine ausrüstung geborgen nichts einfach nur geld bekommen schade schade ganz schön so für sechs tage das ist nicht schlecht das ist schlecht so muss ich ja sagen wie soll es dem für sicherheitsunternehmen ne ich brauche es nicht ich komm das ist schwachsinnig haben wir jetzt einen Bomben breiten wir haben nicht bereit reichbar steht innerhalb des zu plünderten bereichs wir können plünderungen machen singapur suche nach neuer ausführung und komiklärung verschlechtert die beziehung etwas und kann in ländern im status unfreundlich zu kampfhandlungen führen hm hm na gut wir haben zwar es aber ich glaube ich möchte nicht unbedingt oh jetzt sind die Ländereien hinten auch schon weg ok das passiert ziemlich schnell seh ich gerade also ne was weil wir im falschen Modus drin sind ok schon verstanden schon verstanden aber mehr können wir ja echt nicht machen gell ne da sind wir gerade so bisschen auf dem Holzweg aber hier können wir machen hier können wir ja weiter fortsetzen wir können hier für gute dinger sorgen wenn auch der Rest der Weltbevölkerung nach und nach anscheinend einen Löffel abgibt ja was möchtet ihr denn hier machen Luftanschlag China von den Niederlanden sagermale ihr seid aber echt böse drauf und ihr seid echt böse drauf nein ich möchte freundlich sein ich möchte einfach mal freundlich sein ist das so schwer zu begreifen so Atombombenorten Ausbruch eindämmen Atombomben 5 stand in den Hafen ok können wir machen können wir machen Marines wählen den haben wir noch nicht gehabt hier Abdullah wunderbar und du bekommst aber hm sagen du bist jetzt scharf äh du bist das hier wir brauchen einen Scharfschätzt sind hier auf jeden Fall das hilft einfach ungemein sordle besser Fahrzeuge hatten wir glaube keine gell na nix aber da haben wir nix haben wir vergackt glorreich glorreich ins nichts geschossen das ganze ok Feuer frei ok jetzt muss ich mal gucken wo können wir denn ähm wie wärs denn mit da hinten einfach mal so wir müssen ja irgendwie gucken dass wir auf jeden Fall die Zombies für uns gewinnen können haben wir vielleicht irgendwas Gutes noch darin wenn wir schon mal da hinten sind haben wir doch bestimmt irgendeine Art von Ausrüstung wo wir nehmen können ein Katana Bravey 10 ja das hat natürlich keiner von uns das hat natürlich keiner von uns so die Frage ist mit dem Snipergewehr wenn wir die jetzt hinstellen kriegst du niemanden sowieso ausschaut ok hätte das sein können hätte das sein können ich bin uns nicht mit uns nicht mit uns ich wollte gerade sagen bitte einmal vorsichtig umgehen so was haben wir noch drin natürlich im Hafen sind immer Schwerter Hilfe nichts als die uns jetzt schon gesehen haben das wäre nicht so schön na 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 ich weiß du möchtest auch kommen wunderbar solange man den noch bissl abschießen können was sagen hier hey 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 oh schießt nochmal schon mal Dankeschön Dankeschön wir müssen kurz mal weg aber nur ganz kurz hier ne den Rebellen ich werd's euch schon noch zeigen nur keine Panik ich werd's euch schon noch zeigen hey hey wunderbar mitten hinten reingeschossen passt ah der ist sogar schon sich direkt verwandelt ok so nö he he so nicht anders muss es sein oh ok sie haben den Alarm aktiviert sie wissen eventuell wo ich bin ich bin mir nicht ganz sicher aber eventuell ja ok sie wussten wo wir sind aber es bringt natürlich rein gar nichts wenn wir direkt wenn sie auftauchen Dankeschön ihnen erstmal ins Gesicht schießen oh aber ich seh noch was ich seh noch was richtig gutes und das werden wir uns jetzt aneignen du hier kommst mal da rüber rein du hier kommst da rüber rein so ab nach drüben du und du halt haben wir noch Rebellen übrig ich bin mir grad zu unsicher ich bin mir grad echt unsicher an der Stelle ja wir haben sogar noch jemanden übrig ok warum denn nicht oder war er noch nope da ist nichts mehr da ok ok ich hätte gedacht da wäre noch was aber was solls was soll ist an der Stelle bitteschön einmal aussteigen ok das wichtigste ist jetzt erstmal neben natürlich allen zu klauen und dass wir die restlichen Atombomben noch finden sie wieder schaut ja Dankeschön dafür kann man hier noch reingehen irgendwie ah da drüben ah jetzt ja ich hab's gesehen hab's gesehen wenn wir die noch bekommen können das wäre ein schöner Bonus ja wir brauchen noch keine Erwirkung noch keine Panik noch einmal keine Panik hier nur zu zart zu steuern wunderbar er hat noch sagen da war noch was Hilfe 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 ok ich merke hier gibt es Minen das ist mir jetzt auch neu dass hier Minen sind ähm ok haben wir denn die Chance ich möchte sie ja heilen ich möchte sie ja wenn es geht heilen ok da ist nichts drin ok das ist echt das ist mehr als böse da ist nichts mehr einen haben wir nur übrig uiuiuiuiui das ist aber auch echt böse ausgehen können für den Rest meines Trupps ah guck mal an ich hab was gefunden ich hab was gefunden noch ein paar Atombomben die mal einfach so casual mäßig hier rumliegen ok können wir nochmal raushauen können wir auf jeden Fall haben wir vielleicht noch einen Arzt da oben ist ein Arzt wunderbar dieses Gebäude brauchen wir so überlaufen soll überlaufen was sagen darf ich noch mal reingehen kurz uiuh nicht so weit weglaufen nirgends nicht so weit weglaufen ihr wisst das ist gerade richtig böse von uns ausgegangen so du als erster dahin dankeschön der nächste hier so können wir doch weiter starten das war's ok ok das sein könntest wir da noch was haben Ähm, wo ist denn der letzte eigentlich? Der ist da hinten denn, okay, dann kann man das sagen. Bitte einmal hier abschießen. Ich würde sagen, der Rest ist so quasi ja schon fast geklärt. Der Atombombe. Die macht's auch nicht mehr dick. Äh, die beiden mitnehmen, ja und ja. 15 Millionen Missionsbezahlung, da können wir uns schon mal ein bisschen was leisten. Mit Beton auf ein bisschen was.